so servus und heute teste ich mal die gopro mit euch folgendes in diesem video werde ich nicht so sachen vergleichen wie zum beispiel wie ist denn die stabilisation zu einer gopro 7 zum beispiel die ich vorher hatte oder zu irgendeiner anderen action kamera ich werde euch mal hier ein paar andere sachen aufzeigen denn so sagen wie stabilisation und das bild da und in der ecke unscharf sind für mich persönlich völlig uninteressant die ich kann euch so viel sagen die stabilisation von der gopro 11 ist der absolute wahnsinn um es genau zu sagen es ist keine kamera es ist eine waffe und ich werde euch ein paar videos zeigen was ich mit der gopro gemacht habe auf der spire science fiction messe und da seht ihr mal die gopro in einem anderen einsatz wie sie vielleicht jeder benutzt ich werde euch hier auch die menüpunkte immer aufzeigen wie die menüsteuerung ist was ich zb interessant finde es sind sehr viele einstellungsmöglichkeiten als am anfang ist man sicherlich etwas überfordert wenn man von 5 oder 7 umsteigt auf die 11 es ist schon wahnsinnig viel hier geboten und es gibt nicht viel negative kontrast aber ein paar gibt es schon und die werde ich hier aufzeigen und ich persönlich habe festgestellt ich wollte eigentlich die 10er kaufen aber die 10er ist mir immer zu heiß geworden so habe ich gewartet bis die 11 raus kam und die 11er wird aus meiner sicht die wird nicht warm also die haben da wirklich alles richtig gemacht muss ich sagen und jetzt wünsche ich euch viel spaß bei dem video und ich hoffe dass das was ich euch zeige interessant für euch ist so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020